So, wo war ich? Ähm, hihihihi Ja, so ja Das andere, was ich mir vorstellen kann, ist Der Professor hat ja gesagt, dass Nina ein Genick ist Also so ein Genexperiment Weil sie sie erschaffen hat, hat er einfach Nicht drauf geachtet Auf das Sprache und gar Und was er damit macht Immerhin wurde sie ja nur Erschaffen, damit sie Die Luft reinigt Aus seiner Sicht. So, was wartet uns hier? Mal eben mal wieder gucken, was die Kamera uns hergibt. Oh, die schon wieder. Das heißt, ich darf wieder gegen den ganzen Trupp von den... Nein. Oh, was für ein Glück, würde ich sagen. Dass das wie so scheiß Alarm ist. Okay, zweimal Todesbote sollte es töten, bevor es irgendwas anstellen kann. Schade. Wäre da auch zu schlimm gewesen, um wahr zu sein. So, gegen Schindler verwenden. Was mache ich dafür? Scheiße, ich wollte hier in die Gruppe um DP hinzufügen. Oh, vier. Süß. Okay, vergessen wir das erst mal. Tandybeutel, nehme ich mit. Wohne, wenn ich noch Platz habe. Ja, ich habe noch eine ganze Leiste, also nehme ich ihn erst mal mit. Hier ist ein Schatztor. Leider habe ich den Schlüssel noch nicht, also gehen wir hier wieder erst mal. Dab, 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 dab. Hm. 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 Hm, 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 hm. Oh, holy. Holy. Holy, 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 holy. Was mache ich hier denn jetzt mit euch? Was passiert eigentlich, wenn ich... Was passiert eigentlich, wenn ich... Geht langsam wieder in die Position zurück? Okay, das ist nicht gut. So, dann versuche ich mal einen anzulocken. Und hoffentlich bleibt es bei einem. Hä? Ähm, ja. Es wird jetzt schwer sein, einen möglichst kleinen Kampf zu kriegen. Sobald ich mich wegbewege, läuft er zurück. Das heißt, ich habe keine andere Wahl, als ihn so platz zu machen. Ist er alleine? Oh, wie geil. Ich könnte zweimal Todesbutter machen, aber ich mache nur... Einmal Todesbutter. Dann ziehen wir uns wieder zurück. Ähm, hm, hm. Drehen wir die Kamera mal so. Ich denke, das ist am besten. Zack, zu beenden. Jetzt ist natürlich Nina dran mit ihrer Geschwindigkeit. Okay. Also pflastern wir den Weg mit... Drittelbällen. So, und einen da. Wenn wir den Zug, dann ist das Müstfeed dran. Und er benutzt Magie. Okay. Okay. Autsch. Ja, und er ist wütend, weil wir ihn seinen Tanny-Buttel geklaut haben. Stört uns aber richtig wenig. Einmal Todesbutter. Einmal Todesbutter. Und einmal wieder zurückziehen. So, zu beenden. Lin. He, he. Hier. Bleib hier. Explodieren. Yeah, ich habe ihn am Boden festgenagelt. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das gut oder schlecht war. So. Rütteln. Blitz. Eistrahlen. Endlich kann ich mal ein paar Zauber-Kombos machen. Okay, und der ist schon erledigt. So. Ähm, Gegenstände verwenden. Einmal du, einmal du, einmal du. So, versuchen wir noch einen anzuholen. Der kommt da nicht durch. Ja, wenn ich mich... Oh, dafür ist jetzt der durchgekommen. Ja, und wieder alleine optimal. So. Einmal. Und noch einmal, weil es so schön war. Okay, dann ein paar Punkte zum Weglaufen. Zu beenden. So, jetzt machen wir... Das übliche Spielchen. Da in ein. Da in ein. Und ich setze mal noch hier in ein. Und dann beenden wir auch den Zug. So, was machst du jetzt? Laufen meine Tundra-Faller. Läuft weg. Ich sammle mal P. Er wird schon wiederkommen. Aber nicht mit ihr. So. He, he. Hier. Bleib hier. Feh. Schade. Okay, noch einen hier. Und... Ein bisschen zurückziehen zu beenden. So, was machst du jetzt? Wo weißt man Nina dran? Hm. Dann... Hallo. Scheiß Reichweite. So, rütteln. Blitz. Kostet eine einigen Medizin. Eigene. Bla. Was denn mit meinem Deutsch rütteln los? So. Ähm. Gruppe. P hinzufügen. Nina braucht nicht mehr viel zum Level ab. So. Versuchen wir mal das nächste Viecher anzulegen. Ah. Oh, der kommt. Jawohl. Okay. Der nächste bitte. Zack, zack, zack. Tourist-Bote. Einmal. Und noch einmal. Fail. Oh, Mann. Freude kommt auf. Okay, zu beenden. Der nächste bitte. So. Dahin. Dahin. Und da ihr sowieso immer auf Nina absieht... Ich noch einen dahin. Okay. Okay, zu Ben. Was machst du jetzt? Lauf mal bitte rein. Er läuft auch weg. Na super. Hätte ich das gewusst. AP sammeln. Der kommt noch wieder. Keine Panik. So. Komm, 50 kriege ich hin. Kriege ich so 50 hin? Nein. Schade. Na gut, wenn nicht, dann nicht. Hehe. Hier. Bleib hier. Ich hab's. So, ein bisschen beiseite gehen. So. Super. Na. Dann ist Nina dran. Okay, der eine Punkt ist mir jetzt gerade auch egal. Und Eisstrahl hinterher. Dimterimterim. Tot, oder? Mistverdamter hat überlebt.